Mit nur 850 mm Spannweite und einem außergewöhnlichen Aufbau ist die neue Mini-Drohne Q von Bormatec alles andere als ein gewöhnliches Flugmodell. Aufgrund seiner Konstruktion und seiner gutmütigen Flugeigenschaften hebt sich der nur etwas über 300 g leichte Nurflügler deutlich vom Massenangebot ab. Angetrieben durch einen dreizelligen LiPo-Akku mit ca. 1100 mA Kapazität sind erstaunlich lange Flugzeiten möglich. Der Aufbau geht überraschend schnell vonstatten und so müssen vom Modellpiloten lediglich noch die Servos und die Ruderhörner eingeklebt werden. Optional bietet der Hersteller eine Combo an, bei der das Antriebsset und eine Klappluftschraube bereits beiliegt. Die Tragflächen sind ab Hersteller mit dem Rumpf verklebt und können zum Transport einfach zusammengeklappt werden. Ein intelligentes Stecksystem macht dabei den Aufbau am Flugplatz zum Kinderspiel. Einen ausführlichen Test zum neuen Cue von Baumatec findest du ab sofort auf rc-modellscout.de www.baumatec.de www.baumatec.de